Willkommen zurück, mein lieben Freund, zu einem neuen Folge. So, dass ihr jetzt... Also, wie ich im letzten Video schon sagte, ich werde ja ein bisschen off-stream auch Sachen aufnehmen. Na, Samstag nach, muss ab und zu arbeiten. Ob es aufnehmen kommt. Weil Taxi-Game und so. Ähm, ja. Und... Jetzt ist das Problem, dass Odin mich hops nimmt. Na? Also... Probieren wir es jetzt mal mit Phoenix. Ja. Und, ähm... Ende des letzten Videos bin ich ja einmal komplett durch Deckel geraged. Das heißt... Ich habe... mich entschlossen in extra... Odin-Video zu machen. Weil... Das andere müsste ich alles nochmal machen. Ich mache mal aus hier. Weil... Der Trummerbruch geht gleich wieder los. Ich habe ja schon ein paar Versuche hinbekommen. Oh, wir wollen ja... Oh, wir wollen ja. Oh, wir wollen ja. Luffy, Magie Ich hoffe, dass ich da so eine Babys abwärmen kann So, gut, wenn ich es halt in Vergiftung geklappe Oh mein Gott Siehst du, Schatz, das ist derjenige, welcher das für mich ein bisschen nimmt Krass, wieso kannst du hasten, ja, ist das Was, ey, ich will nur mal gucken Oh, Lutz, ja Oh, was hat denn der mit Cloud gemacht, jetzt? Juhi, direkt Engel Holy Shit Jetzt da Das ist so gottlustig, okay Meine Bresse Cool, Barret auch tot Peierlich richtig Hä? Cloud hat noch in der Diebkraft? Und Cloud hat natürlich nichts von sich teilen, perfekt Scheiße, doch, habe er, Chakra Oh, sehr gut Chakra müssen Kein Problem Kein Problem Geis, ich will eigentlich Das ist so gottlustig Mensch, ich bleibe mal im Schock, jetzt Und dann direkt klein Obel, 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 Obel Und direkt nochmal rein mit Impulsion So, Wunder Barret dann Oh, Barret, Gebet So, Sprichengebet gerade Und Heino Barat Dimensionsfrist So, egal Ich brauche nur mit Büchen Das Spiel Ich hoffe ja, dass ich mit König zu so gehen kann Diese Ja Ich bin Es ist Bei Ich bin Dase Ich bin Auf Ich hab mich nicht probiert! Hör ab mit der Armeteiligung! Oh, Hüggi! 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 Alles egal, alles egal, alles egal. Komm, 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 komm. Oh, Mann, ey, du Stück. Oh, seine Zutze, nein. So, Schutzengel. Weißt du, ob sie es da wohl sind. Genau, damit, das ist wieder die Gottlos-Attacke. Aber dadurch, dass, wir haben Schutzengel, wir haben Königs. Königs geläbt eigentlich auch so, alle wieder. Ha, 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 du Frisch-Basser. In allererster Weise. Jungs. Und wenn König-Nerkot-Winde flippt, alle anderen wieder. Ha, 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 ha. Das habe ich bis dahin genommen. Da, du siehst. Oh- Du bist du nicht, doch! Ja, couple, du bist doch wieder. growneig, das war schon wieder aufgelaufen. Äh, äh, äh. Heißer. Ja, das ist sowas gottloses. Ja, ja, schon nicht, weil der Hund mich unterbrochen hat, ja. Und wieder, natürlich. Das ist furchtbar. Ich muss doch zurück nach Wu-Tai. Ich muss auf alle einen Schutzengel-Schliff fahren. Aber warum war ich in dem Ocklauben, dass für nichts dann alle wiedergelegt... Naja, egal, Schutzengel... Das funktioniert schon mal wesentlich persönlich vorher. Ja. Ja, ja. Ich hab mich zurückgebracht. Ja. 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 Ich hab das gemacht. Ich hab den Knopf. Lass mich machen. So, jetzt fahren wir mal das Ziel rein, äh, Cloud, hat er noch nicht? Ja, okay. Der Köln sieht rein, äh, hey, du bist wahr, du bist gleich am Top, Halt! Ich geh doch gut, aber durch das Ziel geht's wieder um die Technik zu erheben, im Gegensatz zu erheben, ob es nicht so gut ist. Oh mein Gott, aber ich habe einen Attack-Dimension, das war egal. Yuki, 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 Yuki Yuki, Yuki, Yuki Yuki, Yuki, Yuki Mir alles egal Gut's Angle of Duking, bevor es zu uns. Komm, scheißegal, scheißegal was wir hier haben. Wirklich scheiß Limit als man verletzt. Gut's Angle of Barrel. Gut's Angle of Barrel. Gut's, das ist mein Egal jetzt. Gut's Angle of Barrel. Gut's Angle of Barrel. Gut's Angle of Barrel. Hahaha, was ist los, eh? Boge. Lautsleid voll stark. Gut's Angle. Oh, das ist ein Kammiker. Es ist der Kammiker. Was ist der Mittler? Ja, das ist der Mittler. Das ist der Unterschied des Angehenders. Ja, stimmt! Der Maier im Kamm. Nicht Guess. War im Mann. Wann das was ist? Oh nein, du dein Wann Zinsatz. 다 pra spinnen. Kammals tahun пой against her. Und Barret Limit. Und ich hab das Limit plus Katastrophe. Ja, boah. Hahaha, du schweißig, du Elender. Der Smell, ey. No, no. Jetzt schaue das Spiel wieder ab. Ich glaube, ich werde rot, ey. Uiuiuiuiui. Götte. Was es jemals jemandem gelingen würde, Udin zu besiegen. Seine Angriffe sind präzise und seine Verteidigung ist kaum zu durchbrechen. Ein Fehler bedeutet den Tod. Von nun an wird er euch mit seinem mächtigen Sandhitzgen einen Weg in eine strahlende Zukunft fahren. Ja, ihr Lieben. Ihr habt es gesehen, wie schnell das gehen kann. Ihr habt natürlich gesehen, wie oft ich die Feuerwehrschild durchgebrochen bin. Und wie viele Videos gelöscht wurden. Versucht es mit Phoenix. Ist ein Game Changer. Und sonst eventuell noch Accessoires ändern. Das wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dazu hier oben gerne ein Abo dalassen auf dem Kanal. Und bis dann. Haut rein. Euer Abo. Peace. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.